Hier hat ihr mal seine Munitionskiste am Essenstisch stehen gelassen, mache ich auch immer. Gut, hier bin ich falsch. Aber den ganzen Tag da in diesem Bunker ohne Fenster ohne sonst was, das muss doch bescheuert sein. Gut, wenn man keine andere Wahl hat. Dankeschön. Medikit ist immer gut. Ich habe das Gefühl hier ist was. Ich gehe erstmal hier rein. Inventar. Ich habe da irgendwo eine Schutzmaske mal gehabt. Funkgerät, Gasmaske. Gasmaske gibt es hier irgendwie nicht. Ich habe hier nicht mehr. Ich habe hier nicht mehr. ich gehe mal hier hinten lang hier geht es aber wieder hoch es war wirklich da unten ok dann wollen wir mal gucken geschafft haben wir das schon mal eine andere burg jetzt müssen wir hier raus die frage ist bloß wie nehmen wir das ja auch noch mit wie kommen wir hier raus eben der vier in einem abblatt gemacht also scheinen wir von daher gekommen zu sein haben auch platt gemacht haben auch platt gemacht haben wir alles platt gemacht hier auch das war die stromversorgung genau muss mich selber gerade noch orientieren hier war kein strom drin die musik sagt dass hier noch irgendwas ist das war das nehme ich mit das Bett wäsche nehme ich auch mit kann ich immer gut genug gebrauchen unterwegs da ich mich öfter mal einnässe der happy you know also for them Okay, hier sind auch noch Gänge, die man nehmen könnte. Ja, nicht schlecht, wa? Nee, aber das nehme ich mit hier. Gut, eine Mütze brauche ich jetzt nicht unbedingt, da nimmt man nur Gewicht weg hier. Was ist denn jetzt hier unten? Kein Strom, ist okay, dann kann ich endlich mal hier raus. Gut, raus ging es hier rüber, raus ging es hier noch lange nicht. Meine Güter, ist das hier verloren. In die Richtung muss ich jetzt noch. Da schläft eigentlich nicht mal. Die schlafen echt gar nicht hier. Ich gehe jetzt mal zu dem hier hinten. Obwohl der hier eigentlich relativ nah ist. Dieser Punkt. Ich habe hier alles platt gemacht auf dem Militärgelände, genau. Und ich muss jetzt immer zu diesem einen Funkgerät. Hier hoch muss ich jetzt. Da habe ich eine lange Strecke vor mir. Da habe ich echt eine lange Strecke vor mir. Oder ich werde mal sehen, wo ich hier lang muss. So, ich gehe jetzt mal hier lang. Das wird der hier sein. Ja, ich gehe jetzt mal zu dem hier hinten. Und dann gehe ich hier rüber. Warum sind die jetzt so weit auseinander? Na ja, ich kann nur in die eine Richtung. Ich werde erstmal den Missionszielen folgen, die jetzt vorhanden sind. Finde die Ruinen. Die Schmerzmittel. Der Burg von Ibo-Holmen. Die Schmerzmittel. Burg. Da wird genagelt, bis der Arzt kommt. Das sind die alten Bunker noch, aus den Kriegszeiten. In Frankreich stehen sogar noch welche davon. In Brandenburg auch. Nur die Brandenburg sind direkt in kleine Hügel eingebaut.